Das werden wir auch für nix brauchen Ich weiß nicht, für was man die braucht Ach, ich bin so ein Idiot, das zieht er ja automatisch raus aus den Kisten Du wolltest doch das Karbonat saufen, ne? Ja Hier, ich will das nicht saufen Ich hab die ganze Zeit gewundert, das verschwindet aus meinem Inventar Das rutscht einfach nur nach unten, ich hab das automatisch abpumpen lassen Hier, saufen Ja, ich mach das gleich Ich will sehen, ob da irgendwas passiert mit Ja, ganz ruhig Teilst du mehr Damage aus oder kriegst 5? Normalerweise müsstest du 5 Schaden auskriegen Oder du kriegen Teilt 5 Schaden aus, aber ich will mal hoffen, dass es so Weil dann, wenn es nicht so ist, dann kann man richtig viel da verbachen Guck mal, was hier mit Sinus passiert Guck mal, was hier mit Sinus passiert BAMPTOT ja okay das ist schon mal gut dass wir dass das damage stil so heißt eine der geilsten musiktitel aber ich habe mir schon gedacht dass ich nicht wirklich viel schaden nehmen naja du hättest ja maximal fünf kriegen können was ist das dann habe ich komm ich mache mir noch ein zweites davon ich brauche jetzt nitro ich brauche 2 1 ein bisschen mehr platz ja aber ich würde sie nicht übertreiben ich habe gesagt ich mache mir noch ein zweites ich brauche hierfür steht jetzt habe ich aufgepasst viele davon sind ich brauche ein das heißt ich brauche 70 80 fragen wir mal so wenn das so zählt nicht pech gehabt 6 ehrlich jetzt frei gemacht hast du jetzt hast du noch eins mehr mein ich das gar nicht ja ja mal mit gold eigentlich habe ich mir noch mal drei mitgenommen anstatt nur ein war zwei ja gesagt okay das geht sind nicht untereinander was man ja schon kennt von das ist aber kennt man ja immer nach 7 8 war das oh hier hat neue ja ein paar mehr ip aber wenn die monster vom erst mal läuft dann ja klar dann ist es auch anders warte fack ich idiot wollte ich gar nicht erstellen das kann weg das kann weg was das bringt auch egal hast du gerade schon was in den weg reingetan nee nix man kann man sich sogar noch beschriften ja warte was dann gib mir mal das andere wieder warum ok was passt was ist das jetzt ich habe keine ahnung was das bringt ok vielleicht kommt das ja blablabla blablabla rechtsklick shift rechtsklick 4 und 3 1 2 3 3 utility einfach wie du das back öffnest ok schlava toll normal jetzt muss ich von dem zeichner herstellen 6 stück verdammt weil ich es kaputt gemacht habe es ist ein n also 6 n und 12 o ja wie lange brauchen die enderlilis denn lange oder nerven einfach die bäume in der nähe ne nerven die nicht ach so ich brauchen halt lange wo es mir am besten geht ist mit dem lillipat of afility aber das gibt es hier glaube ich nicht nicht die lilli ne das lillipat of afility gibt es nicht nur das normale lillipat die brauchen wirklich lange ja ich ne klingt auch ne ja trinti to Autsch jetzt brauche ich 60 C und 20 H boah Lassen wir mal auf jeden Fall spätestens um 19 Uhr aufhören. Ja, spätestens. Ich würde das glaube ich auch sagen, dass wir es spätestens machen sollten. Dann haben wir schon wieder zu viel gesucht. Dann haben wir sechs Stunden, ne? Nachmal glaube ich, ja. Ach ja. C. So, jetzt kommt das TNT ist jetzt gerade dran. Da gibt es Trintolin, Revolte Pack und Coins. Wie gesagt, man kann hier so viele Rates doch noch alles mitnehmen, ne? Ja, aber irgendwann ist es auch weg. Irgendwann ist kein Wester mehr da. Nächste Quest ist fertig. Ja, interessiert mich gerade nicht. Ein Greater Pack. Oh, ganz viele Ingotts bekommen. Sogar einen. Ah, so ein Ingot, was du sogar brauchst, habe ich bekommen. Ja, welches denn? Adam, Adam, Tide oder Adam, Neat. Ich habe es bekommen. Okay. Ich bin unten hin. Tin, Glatium und 15 Coins und Chemiezeit. Okay. Mk12, Magnesium, 100, was? Könnte ich das herstellen? Wie Bahn war denn das? Magne. Wunderlich. Magnesium. Ja, hattest du doch gerade geguckt? Wie, hä? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß ja nicht, was du gerade von mir willst. Von diesen Adamantin. Ein Barren. Boah, acht Stück. Das ist jetzt nicht mein Problem. Fuck, Magnesium brauche ich da. 100. Warte mal. Okay. Habe ich noch Vendem irgendwo Magnesium drin gehabt? Ja, 33. Ja. Hier kommt eine Sache näher. Na, Tritin? Alter, diese ganzen Alchemie-Sachen, ne? Ja, ne? Weißt du langsam nicht, wo die hinpacken sollst, weil es immer viel, 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 viel wird. Sag mal bitte, dass es die Quest ist, dann haben wir nicht froh. Aber kaum bist du in den Nails und die Fiecher so wie die wilden Arschlöcher. Ja, weil die, weil die deine Arschlöcher vielleicht mögen. Nee, der nächste Quest ist fertig. Hey. Hör mich mal wegzuschießen, Bastard. Äh, next, next, next Quest. Ja, kein Wunder, dass hier so ist, Ron. Tschüss. Vorne. Äh, 10, L, E, T, N, T. Und sind die gut versteckt, das war. L, E, T, N, T. T, N, T. Phosphor. Kann ich das irgendwo schmelzen? Und es geht jetzt vorne. Pulverweige. Okay, Pulverweiser reinschmeißen. Gibt es auf jeden Fall zwei Stück davon. Letzt und Furnace. Pulverweiser. So. Dann pumpte das schon mal nicht raus. Kohle. Minimies, 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 minimies. Äh, okay, von dem Zeichen haben wir auch noch was. Du bist, Tom. Du bist, Tom. Hab ich das L, E, T, N, T, N, T, schon gehabt. Für T, N, T, bräuchte dafür drei Stück. Ganzen, Bläht.